Die FIMA Prangel ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Wien, das 1965 gegründet worden ist. 1974 ist unsere Niederlassung in der Steiermark gegründet worden. In ganz Österreich gibt es sechs Stadtorte. Es werden dann circa 500 Mitarbeitern in den Standorten Wien, St. Pölten, Bremstetten, Bogersdorf, Buch in Tirol kostenfreie Backplätze zur Verfügung gestellt und auch kostenlose Arbeitsbekleidung, welche auch gewaschen wird. Für jedes Mittagessen, das wir von Montag bis Donnerstag konsumieren, kriegen wir einen Zuschuss in der Höhe von vier Euro. Wenn man bei uns ein Lehrer zur Büro-KVA anfängt, dann lernt man, wie man Angebote der verschiedenen Gräner, Bühnenstaplern etc. stört. Außerdem lernt man, wie man die dazugehörigen Aufträge erfasst. Man hat dann auch noch sehr viel telefonischen Kundenkontakt und bearbeitet die E-Mails der Außendienste oder unsere Kunden. Ich bin Lehrling als Baumaschinentechniker und bin zuständig für das Reparieren und Servicieren unserer Geräte. Ich arbeite bei der Firma Prangel als Betriebslogistikkaufmann. Ich bin verantwortlich für die Wareneinnahme, Retourenabwicklung und Kommissionierung der Ware. In meinem Lehrberuf als Berufsfahrer lerne ich im ersten Lehrjahr den Umgang mit den großen Geräten im Unternehmen und auch das Reparieren von kleineren Schäden. Im zweiten Lehrjahr bin ich im Büro und lerne ich die Vermietung von den Geräten und im dritten und letzten Lehrjahr lerne ich das Fahren mit den Lkw und das richtige Laden und Entladen und das Richtige sichern. Und außerdem wird mir auch der Führerschein bezahlt vom Unternehmen. Ich schreibe Angebote, Aufträge und Rechnungen. Bei der Rechnungslegung muss ich darauf achten, dass das Datum richtig ist, dass die Preise richtig sind, damit der Kunde zufrieden ist. Für mich als Lehrling gibt es den Vorteil, günstigeren Diesel zu tanken. Im Sommer gibt es ebenfalls kostenlos Wasserflaschen zum Abkühlen. Wir haben dann auch noch jedes Jahr ein Team-Event, wo sich die Lehrlinge und Lehrlingsausbildner treffen und man verschiedene Aktivitäten macht. Unsere Firma veranstaltet jedes Jahr noch sehr viele Lehrlingsschulen, wo wir verschiedene Themen wie zum Beispiel Präsentationstechnik und Telefon- und Training lernen. Zudem gibt es für einen ausgezeichneten oder einen guten Erfolg eine Prämie.